Servus Freunde! Willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir testen heute eine der neuen Nameless Sorten für euch. Es geht heute um den Pablo. Sollte euch das ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Pablo von Nameless. Wie gesagt, eine der neuen Sorten, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Erstmal, was kostet das Ganze? Für 200 Gramm müsst ihr 15,90 Euro bezahlen und bekommt dafür einen Blaubeere-Limette und Menthol-Tabak. Als erstes blenden wir euch mal den Kopf ein, da seht ihr schon Schnitt und Feuchtigkeit. Der Schnitt geht auf jeden Fall klar. Ihr habt wenig Ästchen, ihr habt einen sehr, sehr schönen, hellen Virginia-Tabak. Die Feuchtigkeit ist vielleicht einen Ticken zu viel, aber er raucht auch dementsprechend ganz gut, wie man glaube ich gleich noch sehen wird. Ja, wir kommen wie gewohnt erstmal zum Geruch und ihr guckt euch bei mir ein bisschen den Rauch an. Es ist echt ganz schwer, muss ich wirklich sagen. Also Blaubeere wäre ich tatsächlich nie drauf gekommen. Diese Limetten-Note ist auf jeden Fall am Start und auch die Menthol-Note kann sich sehen lassen, aber Blaubeere, Fehlanzeige. Also für mich persönlich ist es so, ihr habt auf jeden Fall eine krasse Limette und auch Menthol-Note und dabei habt ihr aber irgendwas dabei. Aber dieses irgendwas bei, das kann ich absolut nicht definieren, kann aber auch klar sagen, dass es definitiv kein Blaubeere ist. Also für mich riecht es auf jeden Fall krasse Limette, krasse Menthol-Note und etwas dabei, aber Blaubeere ist es definitiv für mich persönlich nicht. Ich kenne da Blaubeere auf jeden Fall ein bisschen anders und ich weiß nicht, was drin sein soll oder was da für ein Aroma drin ist, von einer Blaubeeren-Sorte, Note, wie auch immer, aber es ist nicht Blaubeere. Ja, ich weiß genau, was du meinst, gerade wenn man so an die typischen Blaubeer-Sorten wie zum Beispiel Alfacher denkt, ist es auf jeden Fall schon mal was krass anderes. Aber die Limette kommt extrem geil durch, finde ich. Eine sehr, sehr schöne, frische, saure Limette, die mir extrem gut gefällt. Eine Menthol-Note, ja, man kann sie erahnen bzw. man riecht sie raus, aber es wirkt eher so, als wäre die Limette einfach so übertrieben fruchtig frisch. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dass ich die Blaubeere nicht raus rieche, ist ein bisschen traurig. Ich rauche eigentlich sehr, sehr gerne Blaubeere und könnte mir das auch mit Limette echt gut vorstellen. Deswegen ein bisschen schade, dass die so untergeht bzw. fast gar nicht am Start ist im Geruch. Ja, wie siehst du das Ganze denn geschmacklich? Ist es da immer noch so? Geschmacklich ist es weiterhin so, dass ich diese Blaubeeren-typische Note irgendwie vermisse. Also für mich ist es nicht wirklich diese Blaubeeren-Note, aber diese Kombination aus etwas Besonderem, was ich nicht identifizieren kann, mit dieser Limette ist auf jeden Fall ziemlich geil. Die sind mentholige, frische, würde ich aber auch wirklich sagen, lasse ich eher der Limette geschuldet, weil die definitiv sehr frisch ist. Es ist ein sehr guter Tabak und das erste Mal, dass wir den geraucht haben, war auf der Dortmunder Shisha-Messe bzw. Hintertabak. Muss auch da direkt sagen, ich habe den einmal geraucht und dachte mir so, boah ist der geil, ich will den unbedingt haben. Leider hatten die gar nicht so viel dabei, dass wir den gar nicht direkt mitnehmen konnten. Aber jetzt ist er endlich da und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr geiler Tabak, der sehr gut raucht. Also man muss wirklich sagen, Nameless ist da wirklich heftig, was Rauch betrifft. Also da kann man auf jeden Fall nicht dran meckern. Beim Geschmack her ist es einfach so, es ist einfach was Besonderes, für mich aber keine Blaubeere, trotzdem sehr lecker. Ja, weil du gerade über Rauch angesprochen hast. Also ich finde, gerade was Abstand Setup oder so Tonkopf oder Apo mit Kamin angeht, ist Nameless im Moment so mit das krasseste, was es gibt. Also ich kenne wenige Sorten, die im Abstand Setup so brutal gut laufen. Ich habe ihn letztens auch mal im Overpack geraucht, am Freitag im Stream oder am Samstag im Stream war das glaube ich. Da haben auch einige Leute gesehen, wie gut das qualmt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Aber im Overpack qualmen natürlich auch andere Sorten extrem gut. So, zum Geschmack. Für mich ist das wie beim Warren auch so, dass es sehr, sehr ähnlich zum Geruch ist. Also ihr habt immer noch eine sehr leckere Limette am Start, die sehr fruchtig frisch ist. Die frische wahrscheinlich von der Mentholnote, die dabei sein soll, aber es ist jetzt nicht so eine krass kühlende Mentholnote. Wie gesagt, es wirkt einfach eher so, als wäre die Limette extrem frisch. Die Blaubeere vermisse ich aber immer noch. Das ist wirklich eins zu eins, so wie im Geruch. Ihr habt noch so eine Note dabei, die ein bisschen undefinierbar ist. Ich würde aber niemals auf eine Blaubeere kommen, wenn mir das jemand sagen würde. Nichtsdestotrotz finde ich den Tabak auf jeden Fall extrem lecker. Kann man sehr, sehr gut rauchen mit dem Rauchverhalten. Macht das auf jeden Fall Spaß. Leute, ihr wisst das wahrscheinlich schon vom Black Nana. Wenn ihr euch mal ein Döschen gegönnt habt, der läuft einfach wie Butter. Es läuft 1A, da drückt nichts, da kratzt nichts. Das lässt sich auf jeden Fall wunderbar rauchen. Und, also wenn ich das jetzt bewerten muss als Blaubeer-Limette-Tabak, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Aber da er mir trotzdem extrem gut schmeckt, gebe ich ihm trotzdem 8,5 Sterne. Einen halben Punktabzug gibt es für einen Ticken zu viel Molasse und einen Punktabzug für die fehlende Blaubeere. Aber wie gesagt, trotzdem ein sehr, sehr leckerer Tabak. Ja, genau dieser Bewertung schließe ich mich auch sofort an. Da kann man einfach nichts mehr hinzufügen. Es ist einfach, genauso wie du sagst, es ist einfach ein Sternchenabzug, weil wegen dieser verlorenen Blaubeer-Note, vielleicht sind die irgendwo in den tiefen Dosen noch vergraben. Können wir leider nicht rausschmecken. Und trotzdem muss man halt einfach sagen, es schmeckt richtig gut und es wird auf jeden Fall vielen Leuten gefallen, wie auch uns. Von daher, top Tabak. Ja, auf jeden Fall. Also, 8,5 Sterne für den Pablo von Nameless. Leute, sollte euch das Review gefallen haben, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Oder schickt das Video raus an Leute, die auf jeden Fall mal einen neuen Nameless Tabak probieren müssen. Außer dem Black Nana. Davon soll es ja Leute geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Review oder Livestream wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha WG. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020